Musik Ich bin mal gespannt, ob ich den Luftballon so weit aufblasen kann, bis er platzt. Oh Gott, ich hab Angst. Brauchst du dich zuerst? Ja, das hab ich mich auch grad gefragt. Wahrscheinlich krieg ich gleich Ärger von Alex, wenn er merkt, dass er auf einmal explodiert. Aber egal. Tut das eigentlich weh? Tut das weh? Nein, gar nicht. Was weiß ich nicht? Kann ich mir schon vorstellen, wenn du da hinfetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ich mach extra meine Augen zu. Oh Gott, der platzt gleich! Ich weiß das! Ich muss lachen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mein Adrenalin steigt! Oh Gott, oh Gott, ey! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ich kann nicht weiter aufpusten, es geht nicht mehr Luft rein, was ist da denn los? Oh, das geht nicht! Der Ball ist unplatzbar! Ohne Witz! Ich hab grad versucht! Da geht nicht mehr Luft rein. Es gibt keine Luft rein. Es ist leider nicht mehr Spaß mit einerathon. Ich bin mir nicht… Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr. Also, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich habe dich aufgerissen.